Ich sehe, Marco Brachlis, Bellerin, Tor! Ein wundervolles Tor! Hector Bellerin, 37. sein zweites Premier League Tor. Und kaum sprechen wir über die unglaubliche Serie von Simon Mignolet und dem Herzen Liverpool. Auf Reisen ist sie auch schon gerissen. Da haben sie ein bisschen zu viel Platz. Ramsey, besonders Bellerin, der da mit viel Tempo ankommen kann. Coutinho fühlt sich nicht für ihn zuständig. Dann ist es Moreno, der viel zu passiv bleibt, sich ausgucken lässt. Kein weiterer Verteidiger geht mit drauf und dann ist das ganz präzise Mitte-Innen-Verteidigung, Mitte-Innen-Seite-Bagon, da wo er hingehört, ins Langeheck. Das war ein Schuss für Benden-Logers. Anxious. Erzl. Glorios! Gullers are firing again. A collective smile, a broad, broad smile on the face, particularly supremely struck. But Mignolet had set the wall up to guard the other post. And in the end Mignolet has just moved to his left. Not able to recover. And he stood in the middle of the goal, I don't understand that. Surely he should be guarding that post, expecting it to come round. And the wall is doing its job on the other side. And for me, that's a nerve. Three minutes and 11 seconds between the goals. The second of which, an answer to an invitation from Mignolet and Liverpool's defensive set-up. They offered Ozil a target and he hit it. Just a little lean to his left and there's just no recovering from Mignolet. But strange position. I want to try to. The third day was in Mignolet. I just loved him. I'm sure you're not. You can remember to be like, remember him. I love you, like you. I love you.